Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Ihr habt gesehen, wie schnell ein Fahrzeug geklaut wird und leider befassen sich die meisten Autofahrer mit dem Thema Diebstahl oder Fahrzugsicherheit, erst wenn es zu spät ist und sie Opfer eines Diebstahls geworden sind. Andere denken, ihr Fahrzeug ist einfach bei den Dieben nicht beliebt. Laut der aktuellen Statistiken werden die Fahrzeuge am meisten geklaut, wo die gebrauchten Ersatzteile benötigt werden. Ich als Skypze Sachverständige habe jeden Tag mit aufgebrochenen Fahrzeugen zu tun, obwohl diese eine wechselmäßige Alarmanlage haben. Ihr dürft euch nicht auf die serienmäßigen Sicherheitssysteme der Fahrzeughersteller verlassen. Das sind keine schlechten Systeme, nur es ist eine Serienfertigung. Haben die Diebe einmal so ein Fahrzeug geknackt, dann können sie ihre Wissen und Fähigkeiten auf die gesamte Serie übertragen. Damit man sein Fahrzeug vernünftig schützen kann, muss man verstehen, wie die Diebe vorgehen und welche Möglichkeiten sie haben. Es werden Geräte im Internet verkauft, die werden nach Hause geliefert und man findet auch im Internet Anleitungen, wie man Fahrzeuge klaut. Es gibt drei Möglichkeiten, so ein Fahrzeug zu klauen. Die eine Option ist, über den Fahrzeugschlüssel, das Signal wird verlängert, über einen Funkwellenverlängerer. Der Diebe kann dann komfortabel ins Fahrzeug einsteigen, das Fahrzeug starten und wegfahren. Auf der DRC-Seite könnt ihr euch eine gesamte Liste von betroffenen Fahrzeugen anschauen, wo das Keyless- oder Komfortzugangssystem nicht sicher ist. Die zweite Möglichkeit ist, der Diebe bringt einen Schlüssel mit. Den programmiert ihr in euer Fahrzeug, kann dadurch das Fahrzeug starten und wegfahren. Die dritte Option ist, anhand der Fahrgeschirmen des Autos kann man sich im Ausland einen fertigen Schlüssel bestellen, denn die Schlüssel sind bereits im Fahrzeug vorprogrammiert. Dadurch kommt man komfortabel zum Fahrzeug, kann es öffnen, starten und wegfahren. Alle diese drei Möglichkeiten sind ohne Beschädigung des Fahrzeugs. Das heißt, wenn ihr Opfer eines Diebscheids geworden seid und euer Fahrzeug wiedergefunden wird, werdet ihr keine Einbruchsspuren haben. Denn es gibt Turborecora, es gibt Polenschlüssel, wo man ins Fahrzeug spurlos reinkommt. Und dann gibt es Probleme mit der Versicherung, denn in der Versicherung muss man dann beweisen, dass tatsächlich ein Diebstahl passiert ist. Schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, wenn euch sowas betroffen hat. In vielen Ländern der EU, wie Belgien, Niederlande oder England, ist eine nachträgliche Absicherung bereits Pflicht und besteht aus einer nachgerüsteten Alarmanlage und einer zusätzlichen Wegfahrsperre. So, wir haben ganz genau sieben Sekunden gebraucht, um eine nachgerüstete Alarmanlage, für die der Kunde viel Geld bezahlt hat, innerhalb von sieben Sekunden zu deaktivieren. Eine nachgerüstete Alarmanlage schützt den Innenraum und die Felgen nur dann, wenn sie nicht so verbaut wird, wie ihr in dem Video gesehen habt. Man muss dieses System so verbauen, dass man dem Dieb es so schwer wie möglich macht und nicht so, wie ihr jetzt eingeblendet bekommt. Die Kabellage muss versteckt werden und er sollte nicht nach der Einbauanleitung verbaut werden, die man im Internet findet. Die Werkstätten nutzen, um den Einbau durchzuführen, aber auch die Diebe, um so ein Fahrzeug innerhalb von Sekunden zu knacken. Eine nachgerüstete Alarmanlage funktioniert über den Fahrzeug eigenen Schlüssel. Damit könnt ihr das Fahrzeug schärfen und entschärfen. Wenn wir über einen Polenschlüssel oder einen Turbo-Rekorder das Fahrzeug öffnen, dann bekommen wir einen Alarm und wir werden über einen Anruf oder ein SMS benachrichtigt, denn wir haben an die Alarmanlage ein Ortungssystem gekoppelt. Ich werde das ganz kurz vorführen. Ihr seht, wir werden sofort in Echtzeit von dem Fahrzeug angerufen und wir werden benachrichtigt, dass irgendwas mit dem Fahrzeug ist. Natürlich kann man eine Alarmanlage auch mit verschiedenen Sensoren koppeln, zum Beispiel einen Niveausensor, der die Felgen schützt. Wenn ich das Fahrzeug jetzt erhöhe, reagiert er. Oder zum Beispiel einen Schocksensor. Wenn wir zum Beispiel das Fahrzeug jetzt hauen, dann löst natürlich auch der Schocksensor aus und wir werden parallel von dem Ortungssystem benachrichtigt per SMS. Ein GPS-Jammer oder Störsender gehört zur Standardausrüstung jeden Diebes. Mit diesem Gerät kann er Funksignale stören von dem Ortungssystem, was vom Werk verbaut ist oder jedem nachgerüsteten Ortungssystem. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, einen Anti-GPS-Jammer-Sensor zu verbauen, der reagiert, sobald ein GPS-Jammer aktiviert wird. Wenn ich mich jetzt dem Fahrzeug kniere und ich aktiviere den Störsender, dann geht ein Vollalarm an. Problem bei einem GPS-Störsender ist, dass sowohl eine Funk-Akkusirene nicht auslöst, wenn ein Störsender aktiviert wird, oder bestimmte GPS oder Pager, die von einer nachgerüsteten Alarmanlage normalerweise euch benachrichtigen, wenn etwas mit dem Fahrzeug passiert. An den Alarmanlagen haben wir auch ein Radarmodul verbaut, das ist stufenlos einstellbar. Wenn wir uns ans Fahrzeug nähren und nur reingucken, bekommen wir gleich eine akustische Warnmeldung, dass wir uns von dem Fahrzeug entfernen sollen. Den können wir stufenlos einstellen, je nachdem, wie empfindlich ihr den haben möchtet. Um euer Fahrzeug gegen Total-Diebscheid zu sichern, gibt es zwei Systeme. Einmal die Driver-Card und einmal die PIN-Wegfahrsperre. Beide Systeme schützen das Fahrzeug parallel zur Wegfahrsperre von dem Fahrzeughersteller. Ich fange mal mit der Driver-Card an. Wenn ihr die Driver-Card dabei habt, dann erkennt die nachgerüstete Wegfahrsperre, das Funktional der Driver-Card, lässt sich ganz normal starten und es ist wie gehabt. Haben wir die Driver-Card nicht dabei, deswegen packen wir sie in einen Behälter. Dann lässt die nachgerüstete Driver-Card-Wegfahrsperre den Fahrzeugstart nicht zu, indem der Anlass unterbrochen wird. Und innerhalb von 10 Sekunden geht ein Vollalarm an, obwohl ich den Fahrzeug eigenen Schlüssel mithabe. Das Fahrzeug wird geöffnet. Ihr hört, die Wegfahrsperre sucht die Driver-Card. Wenn sie die in 10 Sekunden nicht findet, geht ein Vollalarm an. Sobald die Driver-Card gefunden wird, geht sofort natürlich der Vollalarm aus und wir können das Fahrzeug starten. Um das nur ein bisschen zusammenzufassen, egal ob der Dieb mit einem Funkwellenverlängerer kommt, euren Schlüssel klaut oder einen Schlüssel mitbringt, wenn er die Driver-Card nicht mit hat, dann geht sofort ein Vollalarm an, innerhalb von 10 Sekunden, nachdem das Fahrzeug geöffnet wurde. Dieses System ist sehr komfortabel, man muss nichts machen, nichts beachten. Hat aber leider auch zwei Nachteile. Die Anlassunterbrechung wird realisiert durch das Zerschneiden des Kabels. Der Dieb weiß ganz genau, wo ihr den Anlass unterbrochen habt und kann diese Unterbrechung innerhalb von wenigen Sekunden wieder rückgängig machen. Außerdem, wenn man die Kabellage eines Fahrzeugs zerschneidet, dann ist ein rückstandsfreier Rückbau nicht mehr möglich. Ihr greift in die Fahrzeelektronik ein und verliert natürlich dadurch die Garantie. Der zweite Nachteil ist, die Driver-Card sendet ein Funksignal, genauso wie das wechselkodierte Funksignal eines Fahrzeugschlüssels, kann es verlängert werden und die nachgerüstete Wegfahrsperre dadurch deaktiviert oder entschärft. Die zweite Art der Wegfahrsperre ist die Pin-Wegfahrsperre. Die funktioniert relativ einfach. Wir setzen uns ins Fahrzeug, können das Auto starten, denn wir haben nichts zerschnitten, nichts unterbrochen. Wir müssen aber eine Tastenkombination über die fahrzeugeigenen Tasten eingeben. Die haben wir uns vorher ausgewählt, können die natürlich auch hier dazu ändern. Erst wenn wir sie eingegeben haben, erst dann können wir das Fahrzeug fahren. Zur Eingabe können wir das Lenkrad nutzen, die Lenkradtasten, Tasten der Tür, Tasten zum Beispiel des Navis. Dieses System funktioniert so, denn die einzelnen Steuergäte sind miteinander vernetzt und die Pin-Wegfahrsperre wird in dieses Netzwerk mit eingebaut. liest Befehle und Signale aus und kann auch Befehle und Signale senden. Wenn es merkt, wir haben keine oder nicht die richtige Tastenkombination eingegeben, dann sorgt sie dafür über einen Befehl, dass wir das Fahrzeug nicht fahren können. Dieses System hat den Vorteil, es kann überall verbaut werden, der Dieb kann es nicht deaktivieren. Wir können es rückstandsfrei wieder rückbauen, denn wir zerschneiden nichts. Der Nachteil des Systems ist einfach, wenn wir das Fahrzeug fahren möchten, müssen wir jedes Mal einen Pin eingeben. Der Pin muss nicht lang sein, es gibt auch kurze Varianten, aber wir müssen immer den Pin eingeben. Wir verbauen verschiedene Arten der Wegfahrsperren, sowohl die Pin-Wegfahrsperre, auch die Driver-Card-Wegfahrsperre. Der Kunde muss einfach die Vor- und Nachteile wissen und selber die Entscheidung treffen. Denn es gibt nicht die beste Alarmanlage oder die beste Wegfahrsperre, welche bei allen Fahrzeugherstellern und Modellen funktioniert. Deswegen verbauen wir auch Systeme aller in Deutschland zugelassener Hersteller wie Empire, Cobra, Picatronic, Pandora, dass wir euch einfach die beste Sicherheit für euer Fahrzeug bieten. Denn die einzelnen Komponenten müssen sich selber gegenseitig schützen. Denn jedes von denen hat natürlich seine Schwachstellen. Und wenn man sein Fahrzeug mit verschiedenen Systemen schützt, wie eine Alarmanlage, Wegfahrsperre und zum Beispiel eine Ortung, dann schützen sich die Systeme gegenseitig. Wenn ihr euch für eine Absicherung entscheidet, lasst euch nach dem Einbau zeigen, wie es verbaut wurde, damit es nicht so aussieht, wie ihr jetzt eingeblendet bekommt. Und schaut, dass der Betrieb, der euch das anbietet, auch die Erlaubnis dafür hat, so einen Einbau durchzuführen. Wir sprechen hier von einem Kfz-zulassungspflichtigen Handwerk und der Einbau muss so erfolgen, dass er auch rückstandsfrei wieder rückbaubar ist. Denn sonst verliert ihr natürlich die Garantie des Herstellers. Wenn ihr solche Sachen verbauen lasst, lasst sie nicht so verbauen, wie der Hersteller der Alarmanlage, Wegfahrsperre, Ortung es auf seinen Webseiten empfiehlt. Denn diese Anbauleitungen nutzen die Werkstätten, um euer Fahrzeug abzusichern, aber natürlich auch die Diebe, um entsprechend das Fahrzeug schnell zu klauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, teilt das Video und abonniert unseren Kanal. Schreibt eure Erfahrungen, damit viele andere auch davon was haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.